Stefanie Hartl, ein berühmter Name in der deutschen Musikindustrie, ist eine Künstlerin mit einer Karriere voller Erfolg und Vielfalt. Stefanie wurde am 25. Juli 1979 geboren und ist nicht nur eine talentierte Sängerin, sondern auch eine hervorragende Performerin und Musikerin. Von den ersten Schritten ihrer Karriere bis heute hat ihr Leben viele Höhen und Tiefen durchgemacht. Und das bemerkenswerteste ist wahrscheinlich der herzzerreißende Vorfall während der Dreharbeiten zum MV, der sich gestern Nachmittag ereignete. Mit ihrer mehr als drei Jahrzehnte währenden Karriere hat Stefanie Hartl die Herzen des Publikums nicht nur in ihrem Heimatland Deutschland, sondern in vielen Teilen der Welt erobert. Stefanie begann ihre Karriere schon in sehr jungen Jahren und wurde mit ihrer warmen Stimme und ihrem lebendigen Auftrittsstil schnell zu einer Musikiköne. Sie ist nicht nur als Sängerin bekannt, sondern auch als vielseitig talentierte Künstlerin, die in vielen verschiedenen künstlerischen Bereichen tätig ist, von der Schauspielerin bis zur Fernsehmoderator. Doch gestern Nachmittag stand Stefanie Hartls Karriere vor einer großen Herausforderung, als sie an den Dreharbeiten zum MV für einen ihrer berühmten Songs beteiligt war. Dieser herzzerreißende Vorfall schmerzte nicht nur die Herzen der Fans, sondern erschütterte auch die gesamte Künstlergemeinschaft. Ersten Informationen zufolge ereignete sich der Vorfall, als Stefanie Szenen spielte, die Präzision und Geschicklichkeit erforderten. Bei einem unvorhergesehenen Sturz wurde sie plötzlich schwer verletzt. Bilder vom Set zeigten den Horror der Situation und die Nachricht von dem Vorfall verbreitete sich sofort in den Medien. Der Vorfall löste sowohl beim Publikum als auch bei Stephanies Kollegen Schock und Sorge aus. Ihre Fans zeigten sich sofort besorgt und teilten dies in den sozialen Netzwerken und wünschten Stefanie viel Gesundheit und eine baldige Genesung. Darüber hinaus hat dieser Vorfall viele Fragen zur Sicherheit bei der Herstellung von Musikvideos aufgeworfen und das Bewusstsein für die Aufrechterhaltung einer sicheren Arbeitsumgebung für Künstler geschärft. Auch Kollegen aus der Musikindustrie äußerten Bedenken und einigten sich darauf, Maßnahmen zu ergreifen, um ähnliche Vorfälle in Zukunft zu vermeiden. Obwohl Stefanie Hertel nach dem Vorfall schwieriger und schmerzhafter Tage durchmachen musste, half ihr die Liebe und Unterstützung ihres Publikums, ihre Herausforderungen zu meistern. Dieser berühmte Künstler hat sich nicht nur in der Musik hervorgetan, sondern ist auch zu einem starken Symbol geworden, das es versteht, jedes Mal aufzustehen, wenn er fällt. Während Stefanie Hertel sich erholt, ist dieser Vorfall für die Branche und das Publikum eine Gelegenheit, gemeinsam über Sicherheit und Verantwortung im künstlerischen Produktionsprozess nachzudenken. Gleichzeitig ist dies auch eine Gelegenheit, die Stärke und Beharrlichkeit von Stefanie Hertel trotz aller Schwierigkeiten zu würdigen, eine Frau, die nicht nur talentiert, sondern auch voller Energie ist. Stefanie Hertel, ein prominenter Name in der deutschen Musikindustrie, hat durch ihr leidenschaftliches Leben und ihre Karriere starke Spuren in den Herzen der Fans hinterlassen. Stefanie startete ihre Musikkarriere schon in sehr jungen Jahren und entwickelte sich schnell zu einer der Top-Sängerinnen Deutschlands. 1994, im Alter von 15 Jahren, arbeitete Stefanie Hertel mit Matthias Reim, einem berühmten Sänger und Songwriter, zusammen, um ihr erstes Weihnachtsalbum mit dem Titel Christmas with you aufzunehmen. Dies war ein wichtiger Wendelpunkt in ihrer Karriere und öffnete die Tür zu einer erfolgreichen Zusammenarbeit und einer starken Bindung mit der deutschen Künstlerin. 1995 nahm Stefanie Hertel mit ihrem Liebhaber und langjährigen Kollegen Stefan Mross zum dritten Mal am großen Preis der Volksmusik 1995 teil. Mit der harmonischen Kombination von Stefanis warmer Stimme und Stefans musikalischem Talent haben sie Publikum und Fachwelt erobert. Mit dem Hitsong vor Evry Sunbeam belegten sie den zweiten Platz und verschafften ihren beiden Namen damit höchste Bekanntheit in der deutschen Musikszene. Der Erfolg dieses Paares beschränkt sich nicht nur auf den Musikbereich, sondern erstreckt sich auch auf andere künstlerische Bereiche wie Fernsehen und Schauspiel. Stefanie Hertel ist nicht nur Sängerin, sondern auch eine hervorragende Schauspielerin und Moderatorin. Ihre Vielseitigkeit hat beim Publikum einen starken Eindruck hinterlassen und ihr dabei geholfen. Das Image einer Vielseitigen und Profes... Das Leben eines Künstlers ist oft von Höhen und Tiefen geprägt. Und das gilt besonders von den deutschen Sänger Bernd Spier. In diesem Video werden wir einen Blick auf das tragische Leben dieses begabten Künstlers werfen, der sowohl mit musikalischem Erfolg als auch persönlichen Herausforderungen konfrontiert war. Bernd Spier wurde am 6. März 1944 in Frankfurt am Main geboren. Seine Kindheit und Jugend verbrachte er in dieser lebendigen Stadt, die auch sein musikalisches Talent beeinflusst hat. Schon in jungen Jahren zeigte Bernd Spier großes Interesse an der Musik. Mit einer Gitarre in der Hand begann er die ersten Akkorde zu lernen und seine Stimme zu schulen. Dies waren die Anfänge seiner lebenslangen Leidenschaft für die Musik. Bernd Spier ließ sich von verschiedenen Künstlern inspirieren, darunter Elvis Presley und die Beatles. Ihre Musik beeinflusste seinen eigenen Stil und trug dazu bei, seine Leidenschaft für die Musik weiter zu entfachen. Im Alter von 19 Jahren wagte sich Bernd Spier in die Musikwelt und trat erstmals auf kleinen Bühnen in Frankfurt auf. Diese ersten Auftritte waren entscheidend für seinen Werdegang als Musiker. Während seiner frühen Auftritte wurde schnell klar, dass Bernd Spier über ein außergewöhnliches Gesangstalent verfügte. Seine charismatische Bühnenpräsenz und seine gefühlvolle Stimme zogen die Aufmerksamkeit des Publikums auf sich. Bernd Spier erlebte in den 60er Jahren seine musikalische Blütezeit, die oft als goldene Ära des Schlagers bezeichnet wird. Während dieser Zeit eroberte er die Herzen der Musikfans in Deutschland im Sturm. Sein Hit »Das kannst du mir nicht verbieten« aus dem Jahre 1964 katapultierte ihn in die Spitze der deutschen Hitparaden. Der Song wurde zu einem regelrechten Ohrwurm und bleibt bis heute ein Klassiker des deutschen Schlagers. Bernd Spier veröffentlichte in den 60er Jahren eine Reihe von erfolgreichen Alben und Singles, darunter »Mamphis, Tennessee« und »Ein Bett im Kornfeld«. Diese Songs wurden landesweit gespielt und machten ihn zum gefeierten Star. Der Sänger ging auf ausgedehnte Konzerttouren durch Deutschland, bei denen er die Massen begeisterte. Seine Live-Auftritte waren ein Spektakel, das die Fans immer wieder erleben wollten. Bernd Spier erhielt zahlreiche Auszeichnungen und Ehrungen für seine musikalischen Leistungen. Sein Beitrag zur deutschen Schlagermusik wurde von Kritikern und Kollegen gleichermaßen gewürdigt. Während seiner Karriere zeigte Bernd Spier eine beeindruckende musikalische Vielseitigkeit. Er konnte nicht nur Schlager, sondern auch Pop, Rock und Balladen interpretieren, was ihm eine breite Fangemeinde einbrachte. Die 60er Jahre waren für Bernd Spier und seine Fans voller unvergesslicher Momente. Seine Lieder sind bis heute mit dieser glanzvollen Ära der deutschen Musikgeschichte verbunden. Trotz seines musikalischen Erfolgs hatte Bernd Spier immer wieder mit finanziellen Herausforderungen zu kämpfen. Sein exzessiver Lebensstil und schlechte Investitionen führten zu erheblichen Geldproblemen, die sein Leben beeinflussten. In den 80er Jahren wurde bei Bernd Spier eine schwerwiegende gesundheitliche Erkrankung diagnostiziert, die sein Leben dramatisch veränderte. Die Krankheit zwang ihn zu Pausen seiner Karriere und brachte physische und emotionale Belastungen mit sich. Das Leben im Rampenlicht und der permanente Druck des Showgeschäfts hatten ebenfalls Auswirkungen auf Bernd Spiers persönliche Verfassung. Der ständige Erwartungsdruck und die öffentliche Aufmerksamkeit stellten eine große Herausforderung dar. Im Laufe seines Lebens musste Bernd Spier auch den Verlust von engen Freunden und Vertrauten verkraften, was zusätzlich zu seinen persönlichen Herausforderungen beitrug. Die Herausforderung, eine Balance zwischen und den Verlust von engen Freunden und Vertrauten